Die Nummer 5 ist der Torstürze aus Rhein-Mannschaft, die Nummer 5 ist Arassen! Lillie und Lillie übergeben den Preis an den besten Torschützen. Da ist er, da ist er, da ist er! Zehn Tore! Sarosen, Nummer 5, Versauburg! So, natürlich gibt es auch den auffälligsten Spieler, bester Spieler, auffälligste Spieler, die Medienvertreter haben entschieden, es gibt einen Gleichstand, das gab es auch noch nie. Auch aus Arbor die Nummer 5, Sarosen, auffälligste Spieler. Und von der SG die 21, Jakob Heinl! Kommt beide nach vorne! Das gab es auch noch nie! Jakob nimmt den Preis entgegen! Beide sind die besten Spieler! Und das Runde des First Place wird Jakob den Preis auch Ihnen überreichen! Glückwunsch! Wohlverdienst! Eine schöne Tradition fühlt sich auf meiner Front! Sieger des Jahres kommt zum Endkampf die Eske! Flissburg! Handelwitz! Überechtet euch, Freunde! Wir freuen uns auf die neue Saison! Und hier ist euer Applaus, hier ist der erste Mann, hier ist Flissburg! Wir sehen uns wieder nächsten Samstag, 22, seit 19 Uhr, Bundesliga-Heimstieg in Süssi. Friedrichsenheim in der Pflanzerlinie. Wir bedanken uns bei eurem Besuch, wünschen euch einen angenehmen Weg nach Hause. Die ARCO-Gruppe aus Bürstorf, Weltmarktführer im Bereich Entwässerungstechnik, wünscht Champions League Sieger 2014 einen erfolgreichen Verlauf der neuen Saison. ARCO, die Zukunft der Entwässerung! Vielen Dank und das ist noch mal euer Applaus! Jarom zum Endkampf 2014!